Yo, was geht habt Leute, Frapsade hier. Und zwar wollte ich euch heute einen richtig geilen GTA 5 Online Glitch zeigen. Das geht auch im Singleplayer, nur im Singleplayer bringt es nicht so viel. So, hier ist eine Wand, nur ihr seht nicht, dass wir hier gerade drin sind. Wie ihr sehen könnt, hier sind Cops, die schießen uns nicht an die Lappen. Genau. Und ja, jetzt nun zum eigentlichen Glitch. Also jetzt zeige ich euch, wie ihr hier reinkommen könnt. Und so, ich gebe mir mal einfach die Kugel. Oder auch die Pille, kommt halt drauf an. So, wenn ihr dann das habt, braucht ihr ein hohes Fahrzeug und kommt ganz genau auf diese Position der Karte. So, dann braucht ihr ein hohes Fahrzeug. Das steht normalerweise schon bei mir drüben drin. Dann kommt die halt hier rüber, wie ihr sehen könnt. Mein Kollege schießt schon ganz schön die Cops da ab. Äh, lol. Ab. Und ja, genau. Ihr kommt halt hier hoch. Genau hier. Geht hier nach vorne, drückt einmal Viereck und dann fliegt ihr hier in die Mauer. Ist sehr einfach eigentlich und ganz cool hier drin. Also, ja, nicht, nicht, Sniper ist nicht so mein Ding. Ihr habt leider halt kein Auto-Aim hier drin. Ja, genau. Und das war es dann eigentlich auch schon. Und checkt auf jeden Fall meine anderen Videos ab. Jo, haut rein Leute. Ciao. 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 Vielen Dank.